Im Herzen der Neuenburger Weinregion, nur 5 Kilometer von Neuenburg entfernt, liegt inmitten des romantischen Dorfes Saint-Blaise das Weingut Saint-Sebast. Jean-Pierre Kunzer leitet den seit 1954 bestehenden Familienbetrieb in der zweiten Generation mit liebevoller Sorgfalt. Das Weinbaugebiet erstreckt sich am Fuß des Jura, eingebettet zwischen See und Bergen, auf kalkhaltigen und mineralsalzreichen Böden. Die Reben des Weingutes befinden sich zwischen Gortaio im Westen und Le Lenduron im Osten. Die aufmerksame Pflege und der Respekt zur Umwelt und dem Boden war von Anfang an mit der Liebe zum Winzerberuf verbunden und kennzeichnen diesen Winzerbetrieb. Den Weinbergen wird das Beste abverlangt, denn eine optimale Qualität der Weintrauben ist die Basis für die Reifung hochwertiger Weine. Jean-Pierre Kunzer stellt edle Weine her, die sich zu den besten dieser Herkunft zählen dürfen. Der Pinot Noir, ausgebaut in verschiedenen Variationen, darunter auch sein berühmter Eau de Perdry, machen einen großen Teil seines Rebsortenbestandes aus. Danach folgen die Traubensorten Chassula, Grauburgunder, Chardonnay, Weisser Sauvignon und Gewürztraminer. In einer sich stets wandelnden Welt, in der sich die Werte verändern oder gar verlieren, setzt das Weingut Saint-Sebast höchsten Wert auf Authentizität, denn es ist eine wahre Freude, Weine aus reinen Sorten herzustellen. Fruchtig elegante Weine mit einer feinen Mineralität spiegeln die verschiedenen Böden des Weinguts wieder. Die Familie Kunzer freut sich über ihren Besuch auf ihrem Weingut. Entdecken Sie dort die Vielfalt und Eleganz deren Weine und verbringen Sie einen angenehmen Moment im persönlichen oder geschäftlichen, aber stets gemütlichen Rahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017